Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. Hallihallo meine lieben Leute und ein herzliches Willkommen wieder zu einem neuen Video Live on the Livestream. Mit dabei heute wieder der liebe Mark Rumpelde Pumpe. So, 800. Oh, ich hab gewonnen. Oha, wenn ich jetzt nochmal einen Win mache, dann ist er, Bruder, alle verloren. Und jetzt ein 10.000, komm, ein 10.000 muss drin sein. 800, komm, Schmutz. Aber immerhin einmal gewonnen, 800, in dem Fall verloren, aber passt schon, wir müssen tanken. Oh, Frau Feger, perfekt. Hallöchen. Hallo, Herr Ruppe, hier ist die Frau Feger. Harris, sorry. Also, ich hab sie noch als Frau Feger eingespeichert, haben sie geheiratet? Ja, ist alles, ja, gestern, ich verspreche nicht, noch fünfmal, ist nicht schlimm. Einen herzlichen Glückwunsch, dann kommt das Baby, ja, bitte, fahren Sie fort. Gar nicht. Achso, können Sie können, ja gut. Wisst ihr was, ich lass jetzt mal die Katze rein, die kratzt gerade die ganze Zeit an der Tür. Ja, passt schon, ich komm doch schon, mein Gott. Jetzt geht er wieder raus, das meinte ich, der langweilt sich, dann geht er wieder raus, dann kommt er wieder rein. Ja, gut, ist eine Katze, die darf das, so. Leute, wartet ganz kurz, das ist ganz schlimm, in Schande, nicht da, also Katze. Jetzt versteckt, dass ich unter dem, ich schwöre euch, diese Katze, was ist denn los mit dem? Ich verstehe es nicht, ich lass ihn rein, es nervt er, weil es springt davon, es ist noch eine junge Katze, gut, er ist noch nicht mal ein Jahr alt, ich weiß. Ich weiß, er ist noch verspielt, dies, das, Ananas, aber trotzdem. Boah, das kann so nervig sein, so nervig kann er sein. Vor allem, wenn du da die Tür zumachst, dann klopft er den ganzen Tag. Jetzt rennt er wieder raus. Jetzt macht er die Tür auf und, äh, jetzt, aber jetzt, jetzt mach ich aber zu und lass ich nicht mehr rein. Nein, jetzt, jetzt, jetzt geht er wieder runter, nein, jetzt kann er so viel kratzen, wie er möchte, das lass ich nicht mehr rein. Ach du Scheiße, tschö, Reus. Wo ist ein Häschen? Wo ist ein Häschen? Können wir Mittagessen machen? Nein! Ich hab da ja ein Elektroquell dabei. Hast du noch nie ein Kaninchen gegessen? Nein. Boah, weißt du, wie ein lecker Kaninchen ist? Wie kann man sowas umbringen? Also je nachdem, wie du fragst, ne? Oh, ich hab da Hoppels davon. Können wir bitte gehen? Boah, ihn mag ich jetzt auch nicht. Freddy meint dir mal, das ist ein Eichhörnchen, weißt du noch? Ja, das Eichhörnchen. Das geschieht dir nicht, das was, was du ihm sagst. Wir haben jetzt Eichhörnchen auf dem Windstück. Das war, warte, Freddy war das so. Ja, Freddy, Freddy war das. Ja, Freddy so, guck mal, wir haben hier Eichhörnchen. Ja, er so, guck mal, Eichhörnchen. Und wir, wir, du, du, das ist ein Hase. Der Hoppelt da. Jetzt, wenn du diese Kackpflanzst, mal schneller machen musst du weiter. Ich muss heute noch, ich wollte noch einen Termin beim Urologen, ich muss mir meinen Arschloch anschauen lassen. Das ist die beste Ausrede ever, wenn du auf einer Party bist und einfach keinen Bock auf die Leute hast. Ich muss heute noch zum Urologen, Bruder. Ich muss meinen Arschloch anschauen lassen. Komm, fahr, 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 fahr. Oh, warte, ich muss zurück, ich muss zurück, das war nichts, das war nichts. Er hätte mich da zwischst wollen, Gabel. Oh, ich lieg noch nicht auf dem Dach, aber ich lieg quer, das ist schlecht. Aber ich lieg nicht auf dem Dach, mir geht's auch gut. Ah. Oh, nein, 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 uiuiuiuiui, Jux. Ich habe gerade einen Ausflug gemacht. Ja. Oh, nein, 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 komm, komm. Drück ran, drück. Drück, drück hinten ins Heck, volle Kanne, komm, volle Kanne rein, also nicht, ah, nicht da runter, nicht da runter, nicht da runter. Ach du Scheiße. Oh, ich habe Angst, da geht's richtig runter. Hilf mir. Ich höre wieder ein Auto. Ja, ich fahr einfach da runter. Alter, boah, du wärst mir fast reingefahren, ich stand da im Busch drin. Alter, kurzer Herzinfarkt. Das ist fahr schön, ne? Oh, Abflug. Abflug, komm. Äh, Rolo, kannst du in die Liste grad bei Rumbo und bei Edin, äh, 99. Äh, du weißt ihr, wo der Wagen steht, ne? Ja, positiv. Das ist doch mal schön hier. Das ist doch ein schöner Abschluss, aber. Irgendwann so Spaß hier. Gartelfache. Ah, das schallert so jetzt mal. Oh, 2000 Dollar, ach komm, leck mich fett. Leck mich am Zügel, dann lass das Ding lieber stehen. Ich pack's mal hier ein. Das war jetzt gerade 2000 Dollar, vor allem, ich hab das Geld grad nicht da. Aua. Oh, nein, echt. Äh, lasst ein Like, da lasst ein Abo da, würde mich sehr hart freuen, wenn ihr das machen könntet. Das kostet nämlich nichts. Würde mich hart freuen, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. This is not a Christmas, this is not a Christmas, this is not a Christmas song.